Dass eine Bundeshauptstadt ungültige Wahlen hat, wie in einer Bananenrepublik, das ist bananenrepublikanisch, also einfach schlimm. Bananen-Schalen-Republik. Bananen, ja, ist sogar absurd. Aber noch ist keiner darauf ausgerutscht. Und wenn das in Syrien oder irgendwo passieren würde, dass sie sagen, wir wiederholen aber nur in einem Fünftel der Wahllokale, würden wir schreien, würden sagen, dieses Unrechtsregime.